Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Roter Faden, der Interview-Podcast für mehr Klarheit im Leben. Und heute begrüße ich Thorsten Linge. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Thorsten. Und du hast uns deinen Wert Ausdauer mitgebracht. Und bevor wir jetzt damit einsteigen, stell dich einfach kurz vor. Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr gut, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach wissen, woher du kommst, was dein Background ist. Also, hallo Thorsten. Hallo Agnes. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mich angesprochen hast, dass ich hier sein darf, das mit dir hier machen darf zu dem Thema Ausdauer, zu meinem Wert Ausdauer im Besonderen hier. Ja, zu mir, zu meiner Person. Ich bin 52 Jahre alt. In der Vergangenheit habe ich die meiste Zeit meines Berufslebens im Versicherungsbereich verlebt und dort im internationalen Bereich sehr viel gemacht. Das hat dann irgendwann sich alles hochgekocht und sich entwickelt und ist dann in Burnout gemündet. Heute bin ich in einem anderen Bereich tätig. Völlig, völlig anderer Bereich, ja nicht Cybersicherheit und kümmere mich aber sehr um das Thema Burnout und auch so das zu verbinden, wie ich da rausgekommen bin. Und das ist auch schon sozusagen die erste Schleife oder der erste Zusammenhang zu dem Thema Ausdauer. Denn meine große Hilfe, aus dem Burnout zu kommen, was jetzt nicht mal eben in vier Wochen ging, sondern sicherlich ein langer Prozess war. Aber da war das Thema ein Ausdauer insofern ein ganz wichtiger Punkt, weil ich das mit Ausdauersport, sprich mit Laufen, geschafft habe. Oder es mir sehr viel gegeben hat und sehr geholfen hat. Und so bin ich da sukzessive, habe ich eben meinen Weg gefunden, bin meinen Weg da rausgegangen und habe so das Ausdauerlaufen als solches für mich, ja, entdeckt. Und da war das erste Mal so das Thema Ausdauer für mich ganz wichtig wurde, sozusagen. Also erst mal ist mir aufgefallen bei deiner Vorstellung, dass du gesagt hast, du kommst aus dem Versicherungswesen und bist jetzt bei Cybersicherheit, was ich sehr lustig finde, weil es ist ja beides, hat was mit Sicherheit zu tun. Ja, okay. Das ist wahr, ja. Das kann man sagen. Also Cybersicherheit hat natürlich auch mal was mit Versicherungen zu tun. Da ist sicherlich der Hintergrund des Unternehmens, wo ich herkomme, also für das ich arbeite jetzt. Das hängt schon zusammen. Das ist natürlich völlig richtig. Nur ist es halt, ich bin dort für ein anderes Thema zuständig. Wir machen auch sehr viel mit Versicherungen. Insofern kann ich das für mich sehr klar separieren. Und das Versicherungsthema, das versuche ich ja auch weit von mir zu halten eigentlich, um ganz offen und ehrlich zu sein. Weil einfach da sehr viele Erfahrungen ich gesammelt habe, die jetzt für mich nicht unbedingt die förderlichsten waren. Ich bin dann auch ein Stück weit die Karriereleiter hochgeklettert und es war einfach irgendwann, die Luft wird irgendwann dünner und es wird immer politischer. Und für mich standen die Menschen und das war für mich das Einzige, was mir wirklich an einem Job Spaß gemacht hat, waren die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Wir haben ein tolles Team gehabt. Das war das, was mir Spaß gemacht hat, dort Führungen auch zu leben und aktiv zu gestalten. Das war klasse. Alles andere drumherum, das Politische und das war für mich ein Graus und das alles so zusammen im Paket. Also da hat das Gute nicht mehr überwogen. Irgendwann wurde das Negative so hoch, so viel, dass ich da irgendwann sozusagen geistig ausgestiegen bin, wenn man so will oder mental ausgestiegen bin. Und es dann eben so kam. Viele Freunde, die mir damals gesagt haben, du, was du da machst, ist nicht gesund. Ich wusste gar nicht, was die meinen. Ich wusste es tatsächlich nicht. Ich habe das überhaupt nicht gesehen oder überhaupt nicht verstanden. Erst später im Nachhinein, als ich dann so 2009 habe ich sozusagen das Crescendo des Burnouts dann erreicht gehabt und hinterher auch nicht direkt hinterher, erst Jahre später eigentlich. Im Rückblick, wenn man dann mal sortieren kann, dann habe ich ja nicht verstanden, das haben die im Vorfeld andere gesagt und du hast es nicht gesehen. Also das ist ein sehr typisches Thema beim Burnout, wenn man mit Burnout Betroffenen spricht, dass die es selber gar nicht so richtig haben kommen sehen und sie irgendwann davon überrollt wurden. Wenn du mir jetzt das so erzählst, dann habe ich so die Fantasie, wenn wir jetzt über Ausdauer sprechen, würdest du sagen, dass du, ich sage jetzt mal, weitergemacht hast, bis du im Burnout gelandet bist. Hat das auch was mit Ausdauer zu tun? Das könnte man so sagen, ja. Das habe ich so nie wirklich gesehen, aber mir hat da mal ein Coach auch gesagt, dass meine Resilienz sehr hoch sei, dass ich da viel immer wieder und wieder rein und wieder rein und immer wieder aufgestanden bin. Das ist schon ein Stück weit Ausdauer. Es ist ja auch, das Wort Disziplin taucht dann hier und da auch in dem Zusammenhang mal auf, was ein Wort für mich ist, was ich ganz, ganz schlimm und gruselig finde. Weil das für mich was mit viel mit Selbstgeiselung zu tun hat. Also zumindest bei mir im Kopf. Ich verwende das Wort überhaupt nicht gerne. Aber das ist natürlich schon so, dass du da dann eine gewisse, was heißt Disziplin, aber wenn du Teile hast, die dir Spaß machen, dann ist es ja auch, im Englischen sag mal Passion, ich komme aus deutscher Wort gerade nicht. Leidenschaft? Leidenschaft, danke. Genau, richtig. Die Leidenschaft eben dabei und wenn du die hast in meinen Augen, dann brauche ich keine Disziplin, weil ich den Antrieb, da muss ich mich nicht dazu prügeln, dass ich was tue. Dann tue ich es eben aus dieser Leidenschaft daraus. Ich habe langsam darauf zugearbeitet. Ausdauernd. Das habe ich mir ehrlich und redlich über viele Jahre verdient. Ausdauernd verdient dieses Burnout. Das ist schon richtig. Genauso dann da wieder rauszukommen. Das ist eben jetzt nicht nur durch diesen Ausdauersport, sondern einfach, es ging nicht. Und das ist einfach so, dass du, wenn du da drin steckst, in so einem Burnout, dann bist du nicht innerhalb von, keine Ahnung, drei, vier, fünf Wochen oder sowas, ist jetzt alles gut, dann stellst du um und zack, bumm, so war es jetzt. Das ist ja nicht so ein Schalter umlegst, sondern das ist ein Prozess, den muss man annehmen, den musst du aktiv gehen, den musst du aktiv gestalten und selbst wenn du den angefangen hast, dauert das dann ja trotzdem noch, bis du dann mal dann die ersten Früchte sozusagen trägst. Bei mir war es ein Prozess, der Jahre gedauert hat. Und da zweifelst du immer wieder und du kommst immer wieder an Punkte, wo du denkst, oh Gott, ich bin ja keinen Zentimeter weiter, weil jetzt gerade geht es mir wieder schlecht. Da gibt es immer mal wieder Einbrüche, wo du zurückblickst auch und denkst, oh Gott, was habe ich damals aufgegeben und hätte ich doch und wie wäre wenn. Aber dann immer wieder dran zu bleiben, beziehungsweise zu sagen, okay, dann gehe ich wieder einen Schritt nach vorne. Das ist anstrengend und man sieht es nicht immer, dass man tatsächlich nach vorne kommt. Und darum braucht man da auch diese Ausdauer und diese Geduld letzten Endes auch. Und hilfreich, also für mich ganz, ganz wichtig war auch das Umfeld, das ich dabei hatte. Hatten die auch Ausdauer? Die hatten, ja, tatsächlich. Also das muss man tatsächlich so sagen. Also das ist mein bester Freund, der damals in der höchsten Not sozusagen, ich habe damals in der Schweiz gearbeitet und als dieses Crescendo sozusagen war, ich habe eine ganze Nacht nicht geschlafen, habe mich nur hin und her gewälzt und habe ihn dann morgens angerufen. Und das war auch interessant, weil er sagte, er konnte gar nicht verstehen, was ich ihm da erzähle. Burnout, das ist für den so fremd wie nur was. Also das nachzuvollziehen war für ihn extrem schwer. Trotzdem hat er gesagt, ich höre aber, wie mies es dir geht. Also pack bitte deinen Kram zusammen und sobald du einigermaßen klar denken kannst, setz dich ins Auto und komm nach Frankfurt. Ich hatte auch noch eine Wohnung in Frankfurt. Also bin ich dann nach Frankfurt gefahren und ja, und da war er einfach nur da für mich. Also Ausdauer. Also jetzt nicht nur, komm, wir gehen mal einen trinken oder was weiß ich was. Damit ist es sowieso nicht getan, sondern einfach da auch, dass ich da auch jemanden hatte, der Verständnis für mich hatte, der diese Ausdauer hatte, mir auch immer wieder und wieder zuzuhören und einfach ausdauernd für mich da war. Ja, also das war ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und meine Frau tatsächlich auch, sie war auch immer ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für mich, ist ausdauernd Geduld mit mir gehabt. Also es wird alles gut, über das Köpfchen bestreichelt und auf der anderen Seite aber mich dann auch angeschoben. Nennen wir es mal so. Zu sagen, komm, jetzt, aber das hilft halt dann, wenn du ganz alleine dich dem stellst, da ist die Ausdauer, ist dann schnell auch mal hin mit der Ausdauer und dann legst du dich einfach nur flach auf den Boden und wartest, dass alles über dich hinwegrollt und vorbei ist. Und wenn du so jemanden hast, dann hilft das unglaublich, dran zu bleiben, eben für die, ja, die Ausdauer, für das ferne Ziel, dass sie irgendwann mal besser und gut wird. Ja, das ist jetzt interessant, dass du jetzt gleich am Anfang unseres Gesprächs einbringst, also dass du selber Ausdauer gebraucht hast, um dich da wieder, ich sage es jetzt mal, rauszuarbeiten. Gleichzeitig, das stelle ich jetzt auch, oder zumindest hast du es nicht, hast du nicht widersprochen, als ich gesagt habe, du hast dich auch mit Ausdauer reingearbeitet. Ja, richtig. Und dass du gleichzeitig ein Umfeld hattest, was eben dabei geblieben ist. Und so die landläufige Meinung, glaube ich, oder zumindest meine Vorstellung zum Laufsport ist, dass das eigentlich was ist, was man alleine macht. Das sagen natürlich auch ganz viele, wenn man über das Laufen spricht oder, ach, ich gehe laufen, ja, ach nee, ist mir viel zu langweilig. So alleine irgendwo lang zu laufen, das ist völlig öde. Und so gesehen natürlich, und ich gehe primär alleine laufen. Und so habe ich auch angefangen mit dem Laufen. Und das war dann auch ein wichtiger Aspekt insofern, dass ich dabei einfach meine Gedanken fließen, laufen lassen konnte. Also das ist mittlerweile, wenn ich jetzt auch gerade längere Läufe mache, dann ist das eine Form der Meditation für mich. Dann bin ich gar nicht mehr auf der Strecke, dann bin ich oftmals gar nicht, merke ich gar nicht, wo ich jetzt gerade laufe. Darum habe ich auch eine sehr konkrete Laufstrecke, also meine Auslaufstrecke sozusagen. Und dann kann ich laufen und laufen und laufen, weil ich mit den Gedanken, mit dem Kopf ganz woanders bin. Und teilweise habe ich richtig tief und plötzlich sage, oh, ist schon so viel Zeit rum oder bin ich jetzt schon hier oder wie auch immer. Das ist passiert. Also es ist förmlich meditativ. Und dann ist das für mich. Und dann ist es auch wichtig, dass ich für mich bin. Das mit dem Ausdauerlaufen wurde halt immer länger. Und dann ist es irgendwann zu einem Halbmarathon, zum Marathon gekommen. Und dann wollte ich das eben auch nochmal wiederholen. Und in einer Vorbereitung zu einem Marathon, ja, da hatte ich, da hing ich sozusagen. Da hatte ich, ich war erst im Übertraining, habe also viel zu viel gemacht. Und dann kommst du und fällst in so ein Loch und hast dann auch gar keine Motivation und bist dann einfach auch nur noch platt. Und ich hatte mich da dann einer Laufgruppe, einer relativ jungen, die hat sich jetzt noch, da gab es noch gar nicht so lange, angeschlossen. Und das hat mir dann tatsächlich sehr, sehr geholfen in dieser Motivation, in diesem Dranbleiben. Da ist jeder gleich. Da freut sich der Ultraläufer für den Fünf-Kilometer-Läufer genauso wie umgekehrt. Und das habe ich da das erste Mal dann erfahren und gesagt, wow, das ist ja, das ist ja wunderbare Atmosphäre ist das hier. Und da läuft jeder so sein Tempo und dann bilden sich dabei Gruppen und dann, ähm, dann ist das eine super angenehme Atmosphäre. Das ist also schon mal sehr, sehr schön. Und dann habe ich eben das Glück gehabt, dass dort diejenige, die diesen Lauftreff eben ins Leben gerufen hat, die ist, äh, Lauftherapeutin. Und die konnte mir dann auch sehr mit Tipps zur Seite stehen. Hab mir, ne, also dann habe ich mich sehr mit ihr ausgetauscht und die hat mich da sehr unterstützt und mir sehr geholfen, dass ich ein bisschen entspannter an die Sache rangehe. Heute bereite ich mich völlig anders vor, als ich das die ersten Male getan habe. Das hat dann eben, hat dann diese Gemeinschaft und eben dieser Austausch beim Laufen da wirklich gut getan und mir sehr, sehr geholfen, wiederum in der Ausdauer, in der Motivation da dran zu bleiben. Und insofern, ja, Laufen ist theoretisch eine Einzelsportart. Und genauso nein, Laufen ist ganz klar auch eine Sache, die man wunderbar eben in der Gruppe mit vielen betreiben kann, weil es einfach Spaß macht, auch gemeinsam zu laufen und dabei über Gott und die Welt zu schnacken. Als du gesagt hast, die Lauftherapeutin hat dir Tipps gegeben, wie du daran entspannter oder lockerer rangehen kannst. Das Bild, was mir dabei gekommen ist, war das Ausdauer ja tatsächlich, glaube ich, und da bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagst, etwas mit auch Lockerheit und Gleichmäßigkeit und Entspannung zu tun hat. Dieses Bild hatte ich gerade auch, wie du für den Marathon trainiert hast, eher so, klang so wie, dass du da auch, ja, dass das was mehr mit Druck zu tun hatte oder mit Willenskraft, ich will das jetzt schaffen oder das sind so meine Fantasien, ja, wie es jetzt wirklich war, weiß ich ja nicht, dass es darum geht, wenn es um Ausdauer geht, das richtige Tempo zu finden, den richtigen Einsatz der eigenen Kraft, um eben auch überhaupt ausdauernd sein zu können. Stimmt das für dich? Unbedingt, denn das muss man auch erst mal lernen. Also ich sage mal, wenn ich jetzt normal so laufen gehe und sage, ich laufe meine, was weiß ich, regelmäßig meine fünf oder zehn Kilometer und damit ist auch gut und das ist ja auch wunderbar und ab und zu macht man vielleicht mal so einen Volkslauf mit für zehn Kilometer oder sowas, weil einfach das Soziale und so ein Lauf-Event ist was Unglaubliches, also emotional. Ich habe nie was Größeres erlebt, als bei so einem Lauf-, so einem Halb- oder Marathon zu laufen. Das sind unglaubliche, ja, Glücksgefühle tatsächlich. Aber wenn ich da so dann regelmäßig diese Strecken laufe, dann ist alles gut. Da muss ich mir jetzt keine allzu großen Gedanken machen. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte ein bisschen mehr laufen und einen Halb-Marathon, gut trainierte Menschen kriegen auch einen Halb-Marathon ganz gut hin. Ich sage mal so ab 25, 30 Kilometer, da ist dann aber wirklich, da wird es dann schon mal enger. Und da ist auch bei einem Marathon, ist das so 30, 33, 35, das sind dann, da tut es weh. Da kommt der sogenannte Hammermann und dann kann das weh tun. Und klar, diese Vorbereitung, das ist, das musst du dann auch irgendwann auch diese Gelassenheit dabei lernen, weil du hast vollkommen richtig gesagt, das war, das war für mich stand es sozusagen immer schon mal schon seit Ewigkeiten, sozusagen auf der Bucketlist ist, einen Marathon zu laufen. Nur war das immer episch weit weg, weil das konnte ich mir überhaupt nicht hin. Ich bin immer ein bisschen so ab und zu mal gelaufen, so ein bisschen so. Also ich war jetzt nicht unsportlich, aber 42 Kilometer am Stück zu laufen, das war so weit weg für mich und so unwahrscheinlich, so groß, aber auf die Bucketlist musste es. Und dann hat irgendwann mal ein Triathlet, Ironman und so, der hat dann zu mir gesagt, aber eine Stunde kannst du laufen. Oder so ich, ja, eine Stunde am Stück kann ich laufen. Dann schaffst du auch einen Marathon. Und da hat es bei mir im Kopf, das war wie so ein Schalter umlegen. Okay, und da habe ich mich für den nächsten Marathon, also ein Jahr drauf. Das ist nichts, was du aus der kalten Hose machst. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Und da gibt es dann, da kannst du dich so oder so drauf vorbereiten. Ich zum Beispiel habe zwei, drei Freunde von mir, die haben dann auch, die konnte ich auch zum Laufenden bewegen, habe mit denen sozusagen also virtuell mehr oder weniger trainiert und den Laufplaner gemacht. Also dem einen. Der andere, nö, brauche ich nicht. Ich laufe einfach und laufe und mache. Das war aber dann Unterschiede, wie die da rangegangen sind. Und für mich ist halt auch eben, also Laufen ist ein Großteil Kopfsache. Ja, und wenn ich da entspannt rangehe, und das ist, wenn ich früher bin, ich, oh, jetzt brauche ich die Zeit. Und dann machst du unterschiedliche Trainingseinheiten wie Intervallläufe und lange Läufe und mittelschnelle und dies und jenes. Und dann, ich weiß noch, als ich das erste Mal so einen Trainingsplan verfolgt habe, da war natürlich, okay, und das ist die Zielzeit und die muss das jetzt werden. Und darum musst du jetzt hier dieses Intervall laufen und du musst diese Zeiten rennen. Ich bin davon wiedergekommen und habe zu meiner Frau gesagt, das kann gar nicht sein. Ich kann gar nicht so schnell rennen, wie ich in diesen Intervallen rennen soll. Das geht gar nicht, ja. Das kann ich technisch gar nicht so ungefähr, ja. Das war, das war also krampfförmlich, aber ich habe mich dann irgendwie dahin gekrampft sozusagen. Und da war wieder die Ausdauer, dieser Wille, das dann doch zu schaffen. Und am Ende schaffst du dann diese Zeiten auch. Aber das ist halt ein Weg, ja. Und das sind mindestens drei Monate der Vorbereitung, der konkreten Vorbereitung. Heute gucke ich da aber ganz anders drauf. Wenn ich heute so eine Intervalleinheit mache, weil ich weiß, ich bereite mich so und so auf dem Marathon vor und habe vielleicht das und das Ziel, also will die und die Zeit erreichen, dann gibt es bestimmte Zeiten, die ich vorher laufen muss. Und wenn ich die nicht laufe, dann laufe ich die nicht. Ja. Und wenn ich den Lauf so gestalte, dann laufe ich den so. Und wenn ich anfange zu laufen und ich merke, heute läuft gar nichts im wahrsten Sinne des Wortes, ja, dann laufe ich halt eine kurze Strecke. Und dann ist das so, ja. Und insofern, das, also diese lockere Art der Vorbereitung, der auf diesen Lauf, ähm, Event, die war einfach, die, die hat, ja, mich innerlich entspannter sein lassen. Und meine Ziele habe ich immer erreicht. Also die Zeiten, die ich laufen wollte, die ich mir vorgenommen habe in dieser Vorbereitung, die habe ich auch dann erreicht, als ich entspannter war und eben nicht diese, akribisch diesem Plan gefolgt bin. Jetzt musst du aber noch kurz sagen, wie ist es denn mit diesen beiden Freunden ausgegangen? Der eine mit dem Trainingsplan und der andere, der gesagt hat, nee, ich mach so. Also der mit dem Trainingsplan, der hat seinen Halbmarathon dann auch geschafft und war darüber sehr froh und sehr glücklich. Der war einfach nur dankbar, super, klar. Und der läuft jetzt auch weiter noch und wir werden auch weitere Läufe zusammen machen. Der andere hat immer diesen Wettkampfgedanken im Kopf gehabt. Und der läuft, der läuft sehr schnell. Also der ist, der ist sonst, wenn er mir erzählt, oh, ich bin wieder das gelaufen, das gelaufen, das ist Wahnsinnszeiten, die ich nie laufen würde. Nur im tatsächlichen dann Lauf-Event ist der nie, also auf Halbmarathon-Ebene, weiter will der gar nicht laufen, ist ja auch okay. Meine Bestzeit dann im Halbmarathon, die konnte er nie unterbieten. Und das hat ihn unglaublich gefuchst. Der konnte aber auch nicht annehmen und sagen, komm, wir reden mal über einen Lauftrainingsplan, ja, dass du da vielleicht anders hinkommst oder sowas, das wollte er nie hören. Da brauchte ich gar nicht mehr zu kommen, das habe ich auch nicht angesprochen. Aber der war vom Ehrgeiz förmlich, ich hätte es fast gesagt zerfressen, aber das war, das fuchste den. Das wollte der unbedingt, ja, aber hat es nicht. Auch wenn der viel und schnell gelaufen ist, aber die Systematik dabei, da mit dem Kopf ranzugehen, also, ja, mit dem Kopf beziehungsweise auch eben gelassen dranzugehen. Naja, aber auch geplant, ne? Also so klingt das für mich. Ja, das ist geplant, das ist richtig. Insofern, ja, ist das natürlich auch eine Kopfsache, aber insofern, ich sage ja, Laufen ist zum Großteil Kopfsache, aber du musst halt jetzt nicht verkrampfen, das meine ich damit. Ja, dass du, wenn du jetzt verkrampfst, ich will jetzt unbedingt das, ja, das geht dann auch, aber das geht meist in die Hose. Und andersrum, wenn ich das aber, wenn ich einen klaren Plan habe und jetzt eben mich nicht aus der Ruhe bringen lasse, weil der halt nicht ganz so läuft, dem groben Plan sollte ich diesem Plan schon folgen, dann schaffe ich das auch. Und wenn ich dann auch die entsprechende Gelassenheit dabei habe, dann, und ich hatte auch für meinen allerersten Marathon, hatte ich, oh, das muss ich das unbedingt schaffen. Und dann sagte, besagte der Freund der Triathlete, sagte zu mir, Torsten, entspann dich doch mal, das ist dein erster Marathon, ja. Genieß den einfach, genieß den einfach. Und das war dann auch, das war in Frankfurt, der Marathon ist immer im Oktober und da kamen dann so ein bisschen Sonnenstrahlen durch, als es losging. Und da habe ich mir dann gesagt, genieß das einfach. Und das war so eine emotionale Reise, weil da passiert so viel an der Seite, das Publikum, die Leute, das ist, da kriege ich, wenn ich daran denke, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, ja. Das ist ein sensationelles Erlebnis. Und da einfach diese Reise zu genießen, super, der beste Tipp, den ich hier bekommen habe zum Thema Marathon. Das ist jetzt auch nochmal, also bei dem Marathon behaupte ich mal, das hängt unmittelbar mit Ausdauer zusammen, weil, wie du schon sagst, 42 Kilometer oder wie viele es sind, schaffe ich nicht, wenn ich keine körperliche Ausdauer habe. Und was genau, was du zum Training gesagt hast, dass es darum geht, schon planvoll vorzugehen und gleichzeitig locker und entspannt. Das klingt für mich so auch, als hätte Ausdauer oder Ausdauer zu erreichen, etwas damit zu tun, dass ich immer weitermache, aber bewusst. Also im Sinne von, okay, jetzt habe ich heute meinen Plan jetzt nicht geschafft oder ich merke, wenn ich jetzt meinen Plan jetzt zu strikt verfolge, ist das nicht gut für mich und dann eben nicht aufzugeben oder zu verkrampfen, sondern dann einfach weitermachen und sagen, okay, dann muss ich meinen Plan vielleicht anpassen, dann darf ich mich davon nicht verrückt machen lassen. Genau. Absolut. Das ist, aus einem Plan dann anzupassen, ist ja keine Schande. Das ist, wenn ich dann einen Tag eben das Laufen eben mal nicht so geklappt hat, dann gehe ich nicht frustriert nach Hause oder breche ab, wie oft, ich habe so eine Runde, die Runde, die ich laufe, meine Hausrunde ist in zwölf Kilometer. Und da ist es schon das ein oder andere Mal passiert, gerade so jetzt in den letzten zwei Jahren, wo ich ein bisschen so Knieprobleme hatte, wo ich nicht viel gelaufen bin, da ist es schon mal passiert, das ist ja quasi am Point of no return, sprich nach so sechs Kilometer, sieben Kilometer, dann nicht mal, weil die Waden zugemacht haben, verkrampft oder wie auch immer oder was auch immer war. Und an dem Punkt bin ich dann nach Hause gegangen eben. Das sind dann eben die Hälfte der Strecke, die ich dann eben gehe und dann auch nicht verzage, sagen, okay, gut, heute haben wir halt die Bahn zugemacht. Also und dann würde ich nicht mehr laufen, wenn all das mich davon abhalten würde. Ich habe links ein leichtes Meniskus-Thema, aber das nehme ich so nicht an. Ich laufe da nicht durch. Ich tue Dinge dafür, also medizinischen Anführungsstrichen, möchte das aber auch gar nicht operieren lassen und ich laufe so damit und so wie das geht und aber auch eben im Kopf, dass ich das sozusagen annehme und sage so jetzt, wenn es jetzt heute nicht geht oder wenn mal wieder irgendwas so knies jetzt dick oder was weiß ich was und ich kann so nicht laufen, dann ist das so. Und auch jetzt, ich will im September in Berlin starten und jetzt zählt es da so, das Thema Vorbereitung. Und ich habe mich aber nie und in den letzten Wochen bin ich halt immer wieder, bin immer mal wieder ein bisschen mehr gelaufen, mehr gelaufen, damit ich langsam wieder reinkomme. Und da waren schon viele Momente da, wo eben das nicht so mitgemacht hat. Und das ist heute auch nicht so, dass ich sage, ja, das läuft jetzt unbedingt. Aber ich lasse mich davon nicht irgendwie runterziehen, frustrieren und mag immer mal so kleine Momente geben, ja. Aber spätestens dann springt meine Frau ein und sagt, was denn das, du läufst so großartig, du läufst so klasse, ja. Also insofern, da bin ich wieder bei dem Umfeld, dass sich das mithilft sozusagen, da dran zu bleiben. Natürlich auch der eigene Wille dann. Ich will das auch gar nicht mal Ehrgeiz nennen, weil das einfach, ich freue mich, ich mache das jetzt nicht, weil ich unbedingt jetzt das und das so und so machen muss oder will, wie auch immer. Ich habe selber dann, ich habe vorhin von der Lauftherapeutin gesprochen, die diesen Lauftreff gemacht hat. Ich habe selber dann eine Ausbildung zum Lauftherapeuten gemacht und da dann selber auch sehr, sehr viel davon profitiert, ja. Von dem Wissen dann auch. Und insofern geht es mir heute, natürlich, ich laufe diese Lauf-Events, weil die einfach emotional, ist das ein wahnsinniges Glücksgefühl. Das ist was Großartiges. Und das ist es, ich war schon, habe irgendwann gesagt, so, das ist der Letzte und dann brauche ich das auch nicht mehr. Und dann bin ich den gelaufen und ich war noch keinen Kilometer unterwegs und da wusste ich, dass ich weitermache, weil es einfach, das ist dieses emotionale Erlebnis dabei, das kannst du mit nur sehr wenig vergleichen. Und das kann man so auch nicht nachvollziehen, weil man das selber noch nicht so erlebt hat. Das verstehe ich auch vollkommen, ja. Aber es ist einfach so. Und das hält mich einfach dabei. Und darum laufe ich auch um des Laufens Willens. Das ist der Unterschied heute. Und ich laufe eben auch, ja, Lauf-Therapeut, so Therapie, das klingt immer so ganz merkwürdig, so krank oder wie auch immer, aber das ist im positiven Sinne, dass ich das Laufen um des Laufens Willens, die Bewegung, ich sage mal zum einen die Bewegung, dann ideal, aber gut, ich laufe für mich jetzt auch so in einer Vorbereitung, aber ich laufe auch mit anderen, auch dann anleitend sozusagen, dass die sich langsam daran arbeiten können. Also die soziale Komponente dabei, ganz wesentlich wichtig und ganz wichtig für mich eben das Grüne dabei, ja. Also dass die Natur, dass ich durch die Natur laufe und allein das hat ja auch so ein entspannendes Moment an sich. Und das sind eben die Bewegung, dieser gesundheitliche Aspekt dabei, das Soziale, dass man sich austauscht, dass man, wenn man das hat, wenn man nicht gerade jetzt alleine läuft und dann eben die Natur. Das ist halt eben das Laufen, was ich heute betreibe, ist ein anderes als das, was ich vor Jahren betrieben habe. Würdest du sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Ausdauer und Durchhalten? Durchhalten klingt ein bisschen so schmerzhaft. Ach, jetzt muss ich, das halte ich jetzt auch noch aus, aber Ausdauer an sich, das verbinde ich eben sehr mit Ausdauersport, kommt da eben sehr schnell in den Kopf und dann, und das ist für mich, für viele Menschen ist das absolut gruselig, das Wort Ausdauersport, ja, das ist schon allein Sport, das ist ja schon gruselig für Menschen, was alles gut ist. Also es geht mir auch dabei, Ausdauersport, so wie ich es jetzt dann eben auch betreibe, ja, das ist Ausdauersport, aber für mich ist es eben total positiv besetzt, Ausdauer, ja. Und etwas durchstehen ist dann, das ist, da muss ich mich durchkrampfen, das ist wie Disziplin, ja. Und ja, es ist, und wenn ich, ich meine, hier in Hamburg, da kommt der Regen eben auch gerne mal von vorne, ja. Aber das Wetter, das Wetter, das ist mir dann tatsächlich egal, wenn ich laufen gehe. Ich gucke raus, um zu sehen, was ziehe ich an, ja. Also ziehe ich da nochmal eine Regenjacke drüber oder wie laufe ich heute? Aber ansonsten ist mir das Laufen egal. Ich richte mein Laufen nicht nach dem Wetter, ja. Früher war das anders. Ja, nee, schlechtes Wetter, nee. Da bin ich nicht motiviert zu laufen, da muss ich mich überwinden. Die Überwindung, die brauche ich heute nicht mehr. Ich muss mich nicht überwinden, ganz im Gegenteil. Wenn ich weiß, okay, mein Körper macht es gerade nicht mit, weil mir die Knie weht oder dies oder jenes ist, dann laufe ich nicht. Dann ist das schade, dann bin ich traurig darüber, aber wenn ich weiß, oh, jetzt gehe ich laufen, dann gehe ich laufen und dann gucke ich raus und wie das Wetter ist oder so, da muss ich nicht sagen, ach ja, jetzt hast du wieder und musst hier wieder, sondern es macht einfach Spaß. Insofern, da bin ich wieder bei dieser Leidenschaft als solches, ja. Das heißt, dieser Punkt ist dann irgendwann mal überwunden, wenn du so, ja, das Thema dann so auslebst, so lebst und einfach mit Spaß dabei bist. Naja, es gibt ja schon die Idee, dass man zu Ausdauer, gerade wenn wir es jetzt im sportlichen Bereich betrachten, glaube ich, also zumindest, das ist so meine Fantasie auch dazu und ich bin, ich laufe nicht, ja. Also deswegen, ich musste sehr schmunzeln, das kann man nicht nachvollziehen. Ich sage jetzt mal so, ja, das stimmt. Ja, ich habe es aber schon oft gehört und für mich war das tatsächlich immer die Idee dabei, um dahin zu kommen und auch zu dieser Ausdauer zu kommen und zu diesem, ich nenne es jetzt mal Vergnügen und dieser Freude zu kommen, brauche ich Durchhaltevermögen und brauche ich Disziplin, weil sonst kann ich das niemals schaffen. Ja, aber da bin ich, weil Disziplin bei mir halt absolutes Störgefühl hervorruft, bin ich der, also ja, natürlich gehen das, ich kenne genügend Menschen, die das durch Disziplin dann auch erreichen, die sich dann selbst geiseln können, um das zu tun. Ich kann mich nicht selbst geiseln, das funktioniert bei mir nicht. Also da habe ich eine Schranke im Kopf. Und das heißt, wenn ich etwas dann verbessern will, dann muss ich es lieben lernen. Das ist vielleicht die Grifflichkeit, ja. Und wenn ich aus dem Lauftherapeutischen heraus darauf schaue, dann, es ist ja wie mit jeder Gewohnheit, ja. Es ist ja nicht, dass du sagst, okay, jetzt will ich, keine Ahnung, jeden Morgen meditieren oder ich will, was weiß ich jeden Abend nochmal drei Seiten über den Tag aufschreiben oder was. Also irgendwelche Gewohnheiten, ja. Es ist ja jetzt auch nicht, dass du einen Knopf umlegst oder Knopf drückst und dann hast du die Gewohnheit drin. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Formeln und Zeiten es gibt, von denen man sagt, bis man so eine Gewohnheit dann drin hat. Weiß ich nicht, ob das wissenschaftlich in irgendeiner Art und Weise unterlegt ist oder untermauert ist oder nicht. Ich bin nur der Meinung, ich, und das ist mein eigener, so wie ich es eben erfahren habe, dass man sicherlich eine Weile, ist es vielleicht ein Stück weit auch Disziplin, aber wenn du irgendwas ganz besonders willst, dann, wie gesagt, dann braucht man diese Überwindung, aber es ist dann, ja, aber und vor allen Dingen ist es immer, 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 und das habe ich noch nie erlebt, dass es nicht so ist, wenn du es getan hast, hinterher, ja, und auch wenn man dann durch, was weiß ich, Schnee und Wind und Wetter gelaufen ist, hinterher das Gefühl, das getan und geschafft zu haben, ist immer ein Großartiges. Das ist also immer die großartige Belohnung, die ich habe. Und in der Gemeinschaft das zu tun, also wenn du, was weiß ich, Laufanfänger bist, nie gelaufen bist, und jetzt, wie gesagt, komme ich aus dem Lauftherapeutischen, und dann hast du zwei, drei, vier, fünf andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, ja, die auch noch nie wie ich Viehsport gemacht haben, ja. Und es ist ja nicht so, dass wir dann losrennen und sagen, so Leute, jetzt laufen wir mal einen halben Kilometer, eine halbe Stunde hier, keine Ahnung, fünf Kilometer runter. Das ist es nicht, ja. Und wenn diese Personen alle Laufanfänger sind und du ganz langsam mit denen, ne, wir gehen jetzt mal eine Minute, dann joggen wir ganz locker, drei Minuten und so ganz langsam dir das erarbeitest. Und dann auch noch, und zwar jetzt, weil diese Personen alle irgendwie ein gleiches Thema haben, wie zum Beispiel Burnout, ja, die gerade sich da auch sagen, okay, ne, ich will aktivieren, ich will mich aktivieren, ich will runter vom Sofa, schaffst du aber alleine nicht. Und dann hast du zum einen, wir sind alle Laufanfänger, wir haben alle irgendwie, sei es Burnout, Angstzustände, Depression und Sonstiges aus diesem Bereich. Und alle haben da so ein Thema und dann bist du untereinander auch noch und dann auf einmal fängt da was an, dass du sagst, okay, das ist ja cool. Also erstens, ich bin nicht alleine damit, ja, ist ja immer schon mal eine großartige Erkenntnis, das geht den anderen auch so. Und dann fangen die an, sich darüber auch zu unterhalten, auch zu auszutauschen, beim Laufen sich auszutauschen. Und dann gibt es die ersten, die dann sagen, oh, guck mal hier, ich habe mir neue Laufschuhe gekauft. Und dann kommt da so eine Entwicklung in Gang. Und wenn du das gemeinsam lang genug dann auch begleitest, dann ist eben immer mein Ziel, dass es dann passiert, dass die Leute dann, dass aus diesem Kurs, darum mache ich das gerne über zwölf Wochen, dass sie dann was mitnehmen und so das mitnehmen, dass sie selber aus Freude, aus Freude daran selber weiter laufen. Diese Ausdauer, die dann kein Quälen mehr ist, kein Disziplinieren, kein sich Geiseln, sondern einfach, ja, das macht einfach Spaß, diese Ausdauer zu haben. Und gemeinsam kommst du da leichter hin, schaffst du das und dann wird es ein Stück weit auch eine Gewohnheit, in diese Ausdauer zu kommen. Und das macht wahnsinnig viel mit einem, wenn man so an diesen Punkt kommt und dann regelmäßig läuft, dann verändert sich so viel. Und damit meine ich jetzt gar nicht mehr, was weiß ich, dass ich jetzt, wenn ich Gewichtsprobleme habe oder sowas, dann laufen zu gehen. Ja, das ist gar nicht die Motivation, sondern es verändert sich so viel im Kopf. Das Ganzheitliche, das ist einfach ein Wahnsinnsprozess. Und wenn man den reflektierend beobachtet, dann sieht man einfach, was das Positives mit einem macht. Da hast du für mich jetzt sozusagen schon eine neue Verknüpfung aufgemacht, würde ich jetzt mal sagen, weil ich würde jetzt tatsächlich Ausdauer, also um Ausdauern zu werden, bleiben wir ruhig mal bei diesem Laufenbeispiel. Aber ich glaube, das kannst du wahrscheinlich auf alles übertragen. Da geht es weniger um Disziplin als um Motivation. Ja, absolut. Bin ich hundert Prozent bei dir. Das eben aus diesem Spaß, aus dieser Freude heraus zu machen. Auch jetzt meine Entwicklung, die ausdauernd sozusagen aus diesem Burnout heraus. Das war halt klar, durch den Ausdauersport, aber es war eben auch dran zu bleiben. Das heißt also viele Dinge zu tun, ob das jetzt eine Gesprächstherapie ist, da auch dran zu bleiben und da auch so selber an sich zu arbeiten, selbst reflektierend zu werden, Persönlichkeitsentwicklung mitzumachen und all diese Dinge und dann darauf aufzubauen, weiterzuentwickeln. Das war alles Teil des Weges, des langen Ausdauern, geduldigen Weges sozusagen, was ich während der Reise gar nicht so gesehen habe. Ich gucke da immer nur wieder zurück und denke, ja, da war ich tatsächlich ausdauernd, weil ich das, ja, weil ich es wollte, weil ich gesagt habe, okay, das ist ein Prozess und ich war dann da drin und bis hin zu, dass ich da eine Ausbildung gemacht habe, wie jetzt Burnout-Berater oder Stressmanager oder sowas, weil das alles mit, bei allem habe ich persönlich wieder was mitgenommen und dann auch etwas weiterzugeben. Das alles beflügelt einen dann, befeuert einen dann förmlich und dafür brauche ich keine, also ich brauche dafür keine Disziplin, weil genau dieses Thema Burnout, Laufen und all das drumherum, das ist für mich ein Herzensthema. Insofern, da bin ich mit Leidenschaft dabei und da brauche ich keine Disziplin, das mache ich eben gerne so. Und dann bist du eigentlich ausdauernd, ohne dass du dich dafür groß anstrengen musst, so klingt das für mich auch. Das ist richtig. Also ich meine, natürlich heißt es nicht, dass man nicht mal Momente hat, wo man sich so sagt, ich habe gar keinen Bock, was du vorhin ja auch schon beschrieben hast, aber alles in allem bist du, wie soll ich sagen, also angetrieben, jetzt meine ich nicht ein Treiber, sondern bist du eigentlich innerlich angetrieben dadurch, dass du etwas erreichen willst und vorhin hast du ja auch über Belohnung gesprochen, also diese Glücksgefühle beim Laufen jetzt und du hast ja, man hat ja auch bei, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht und man da ausdauernd dabei bleibt, hat man ja auch Erfolgserlebnisse, ja, oder man hat auch solche Momente, wo man sich so denkt, so, wow, jetzt habe ich es verstanden, ja, und dann plötzlich hat man da einen Schalter umgelegt und was einem vorher total schwierig erschien, ist dann plötzlich ganz leicht. Ja, ja, weil man dann eben Ergebnisse sieht, ne, du siehst so Erfolge oder rein das Thema Dankbarkeit, ja, das zu praktizieren und da, ne, und irgendwann, irgendwann, wenn du das dann aber auch sicherlich reflektierend dann siehst und irgendwann merkst du, hm, ja, irgendwas passiert ja hier gerade, weil da was zurückkommt, ja, und das ist aber nicht, weil ich jetzt einmal Danke sage, weil meine Frau meinen Kaffee bringt, ja, sondern das ist, ja, sondern das ist die Grundeinstellung und auf einmal passiert in deinem Umfeld irgendetwas und Ausdauer, das ist halt diese Gelassenheit dabei dann auch, das entwickelt sich und dann wirst du generell gelassener. Letztens hatten wir von meinem Arbeitgeber her, waren auf einer Messe, wir waren ein Viererteam und waren da sehr aktiv und haben viel gemacht und mit Leuten gesprochen und waren anstrengende drei Tage und wir hatten Messenachbarn, waren sehr witzig, sehr nett, mit denen haben wir uns viel ausgetauscht und viel geschwatzt und, ja, dann sagte er, ja, du bist so der, der Gelassene hier, oder? Du bist so der ganz ruhige, davon abgesehen, dass der Endste war aber gut, aber er sagt, ja, das merken wir schon, das strahlt sich schon so aus, ne? Und das dann so, wo ich dann sage, oh, das ist ja interessant, dass du, wenn du sowas dann auch gespiegelt bekommst, ja, das ist schon spannend, da merke ich dann, aha, das ist also auch da dann eingetreten und das sehe ich und merke ich eben auch, dass das bei mir im Berufsleben eben sich darüber, darauf übertragen hat, ja, diese Ausdauern, also dabei zu bleiben und gelassen zu sein und da einfach mal geduldig drauf zu schauen, ja, es passiert jetzt nicht alles über Nacht, aber es wird schon kommen sozusagen, ne? Also, das hat sich da auch definitiv dann, das strahlt aus. Ich habe hier ein Zitat, was, glaube ich, auch sehr gut passt und vor allem gerade aufs Laufen bezogen und das sage ich dir jetzt mal, bin gespannt, was du dazu sagst. Und zwar Walter Elliott hat angeblich gesagt, Ausdauer ist kein langes Rennen, es sind viele Rennen nacheinander. Sehr schön, ja. Ja, das allein, wenn ich mir schon angucke, wenn man das jetzt wirklich eins zu eins auf das Laufen und einen Halbmarathon zum Beispiel, dann ist natürlich das Ergebnis am Ende ist der Halbmarathon, den du wie auch immer in, keine Ahnung, zwei Stunden oder was auch immer läufst, ja, das ist das Ergebnis. Aber was du dafür getan hast, waren ganz viele einzelne Läufe. Du hast ganz viele einzelne Läufe und die Summe dieser ganzen Läufe, die du im Vorfeld in den drei Monaten oder wie auch immer davor getan hast, die zeigen sich dann in diesem einen Lauf. Also, insofern kann ich nur unterstreichen, dass das… Das ist auch Kontinuität, ne? Kontinuität, genau. Das war das Wort, was ich gerade gesucht habe, richtig. Das ist, dass du eben, wenn ich jetzt, wie gesagt, ich bin die letzten zwei Jahre nicht sehr viel gelaufen aufgrund meiner Knie und jetzt wieder ranzukommen, ich merke, das ist jetzt, ich laufe jetzt nicht mal eben so, keine Ahnung, 20 Kilometer aus der kalten Hose, was ich früher gemacht habe, weil da war einfach, das Level war da. Und das heißt, wenn du aber wieder kontinuierlich das machst und dran bleibst, genauso ist es Meditieren so an sich, klassisch mal Meditieren ist für mich etwas recht Schwieriges, aber ich versuche es immer mal wieder und dann gibt es lange Phasen, wo ich es nicht versuche und dann gehe ich wieder ran und wenn es dann nicht klappt, dann klappt es nicht oder dann läuft es nicht und dann nehme ich das aber hin und dann ist es so und ich versuche es immer mal wieder, immer mal wieder. Ja, weil wenn ich mal so eine gute Meditationseinheit habe, dann ist das unglaublich toll. Aber es ist nichts, da habe ich jetzt den Schalter sozusagen noch nicht umgelegt und dann gibt es Phasen, dann mache ich das nicht und dann gibt es Phasen, dann mache ich das wieder, aber da immer mal wieder dran zu bleiben und da nicht zu verteufeln und da, das ist doof, wie auch immer, sondern dann, wenn es passt, mache ich es und wenn es nicht passt und wenn es jetzt gerade nicht so in den Ablauf passt, dann eben nicht und damit bin ich fein, ja und das ist sicherlich überträgt oder hat sich dann auch übertragen, eben auch diese Gelassenheit durch das, wie gehe ich so ein Training an, so eine Vorbereitung an, diese Gelassenheit hat sich glaube ich dann bei mir auch auf viele Bereiche, es gibt Reiche da, da bin ich auch nicht gelassen, also bin ich ungeduldig genug, das ist keine Frage, aber ich merke da schon deutlich eine Veränderung in vielen Bereichen. Während du so über das Laufen erzählt hast und was ich so rausgehört habe, dass es da ja auch um eine Art Rhythmus geht und zwar den eigenen Rhythmus zu finden und vielleicht schon ein Ziel anzuvisieren, also wie meinetwegen ein Marathon, aber sich davon nicht stressen zu lassen und ich habe mir vor kurzem tatsächlich ein Sub-Board gekauft, das ist ein Stand-Up-Paddle-Board und mache da gerade, ich würde mal sagen vergleichbare Erfahrungen. Ich habe gemerkt, wenn ich mir ein Ziel, also rein bis dahin will ich paddeln, ja, setze und dann anfange immerzu über das Ziel nachzudenken, dann werde ich ungeduldig und verliere die Freude dran, weil du kommst ja mit dem Sub, gerade wenn du nicht so trainiert bist und ein Anfänger bist, kommst du jetzt nicht so wahnsinnig schnell vorwärts. Aber in dem Moment, wo ich diesen Gedanken dann aufgebe, also zwar schon sage, ja, da will ich hin heute, aber aufgebe mit dem Kopf immer schon im Ziel zu sein, sondern eher eben da auf dem Board bin, in dem Moment, sage, oh wow, wie schön, die Sonne scheint, die Ruhe ist so angenehm, die Vögel zwitschern und auf dem Wasser zu sein ist an sich ein totales Vergnügen und auch dieser Rhythmus, dieser Paddelbewegungen, den finde ich super angenehm und dass ich dann aufhöre, über meine Geschwindigkeit zum Beispiel nachzudenken, dass ich denn bisher jedes Mal gemerkt habe, erstens war meine Freude und mein Vergnügen natürlich viel, viel größer, das ist ja klar eigentlich, aber gleichzeitig bin ich auch viel schneller vormals gekommen, als ich dachte. Also ich war dann plötzlich schon, man sieht ja dann immer, okay, da vorne ist eine Brücke und dann habe ich, hä, wann ist denn diese Brücke endlich da und wenn ich das weg, also diesen Gedanken weggenommen habe, dann so, oh wow, ich bin ja schon bei der Brücke. Ja, und das verbinde ich jetzt auch gerade, wenn wir so drüber sprechen, mit dem Begriff Ausdauer. Natürlich habe ich ein Ziel, aber ich bin trotzdem gleichzeitig da, wo ich jetzt bin und mache das, was ich jetzt tue und genieße es, was du vorhin auch gesagt hast. Und so habe ich dann auch schon ziemlich am Anfang, also natürlich mit Pausen und so weiter, habe ich schon drei Stunden gepaddelt, ja, also in einem gemäßigten Tempo, ja, also jetzt nicht, ich habe Pausen gemacht, aber es hat mir wirklich viel, viel mehr Freude gemacht, als dass ich mich jetzt angestrengt gefühlt hätte. Und wo ich dann auch überrascht war, so, oh wow, habe ich jetzt für den Hin- und Rückweg habe ich jetzt drei Stunden gebraucht, ja, okay, ich war ein paar Pausen dabei, aber trotzdem, und hätte ich jetzt am Anfang gedacht, so, oh Gott, dahin und zurück, das dauert drei Stunden, ja, dann weiß ich gar nicht, ob ich das gemacht hätte. Und ich habe das noch nie mit Ausdauer jetzt in Verbindung gebracht, aber während wir so drüber sprechen, denke ich, das bedeutet doch, also das bedeutet jetzt für mich Ausdauer, etwas zu tun, im eigenen Rhythmus, ein Ziel vielleicht zu haben, ich kann natürlich auch da sagen, ja, mal gucken, wie weit ich komme, ja, das ist auch okay, ja, und es dann einfach zu tun. Und das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar beim Laufen, ich schätze mal, beim Laufen sind die Gefühle noch intensiver, weil dann noch ganz andere, ja, auch die Anstrengung im Körper ist ja nochmal eine ganz andere, werden wahrscheinlich noch andere Stoffe ausgeschüttet, aber ich glaube, das ist vielleicht so der Moment, dieses, im Moment sein, es klingt für mich so, ist für Ausdauer wichtig. So, jetzt, da bin ich gespannt. Absolut, das, also wenn ich bestimmt, wenn ich einfach nur Laufen zu Laufen, dann, ach, dann mache ich mir gar keinen Kopf über die Strecke, dann, ja, dann weiß ich, laufe dahin und ich kann die Strecke von der Länge hin gestalten, von bis. Und dann, wie ich dann so Lust habe, wie ich drauf bin, wie auch immer laufe ich dann. So, wenn ich jetzt aber in der Vorbereitung bin, ich habe bestimmte Streckenziele, also Längenziele, dann setze ich das Ziel praktisch zu Beginn, ich setze das vorher, weiß ich, heute steht quasi im Plan, die und die Strecke. Und zwar ist, weil da noch was für Geschwindigkeit. So, und dann setze ich dieses Ziel, setze ich in den Kopf. Und dann ziehe ich die Laufschuhe an und gehe auf die Strecke. Dann habe ich das zu meinem Unterbewusstsein noch im Kopf. Und dann fange ich an zu laufen und bis ich so im Fluss bin, brauche ich so meine drei, vier Kilometer. Bis ich dann so in dem Fluss bin. Und dann ist auch alles warm, sozusagen. Ja, dann entweder gucke ich dann, wo bin ich denn jetzt gerade, sozusagen, und achte auch auf die Strecke. Oder ich habe dann eben meine Gedanken, weil ich denke über dieses nach oder über jenes nach oder teilweise, ich schaffe es auch, gar nicht nachzudenken, ja. Und bin wirklich nur in diesem, in einem Atmen, in dem, wie setze ich, weil Technik ist ja auch durchaus nicht zu unterschätzen, die Lauftechnik. Und die habe ich jetzt auch gerade umgestellt und auch das ist ein Prozess in diesem, in der Technik sozusagen, dem, okay, ne, lauf so, lauf so, lauf so und bin dann wirklich in dem Moment, ich bin in dem Schritt und wie setze ich den Fuß, wie setze ich, ne, wie gehe ich da, wie ist meine Körperhaltung, wie sind meine Arme, da bin ich ganz bei mir, da kann ich, da gucke ich, achte ich weder auf, wie weit habe ich noch, wie schnell laufe ich oder wie auch immer. Und wenn ich, ich merke dann oftmals, wenn ich in einem Fluss bin, dann laufe ich auf einmal viel zu schnell. Ja, so schnell will ich gar nicht laufen, sozusagen, ne. Weil ich weiß, ich will so und so lang laufen, also sollte ich das in der und der Zeit machen und dann, dann fahre ich wieder so ein bisschen zurück und bin da wirklich nur in diesem Moment und wenn ich den dann auch, den genieße ich dann auch und das hast du ja wunderbar auch gerade beschrieben, mit dem, mit dem SUP dann da, ich kann mir das sehr gut fordern und ich weiß, dass es anstrengend ist, ja. Also ich meine, auf so einem SUP zu stehen, das ist ja, da hast du ja, du hast ja auch, der ganze Körper ist unter, unter Spannung sitzt, den setzt du ja komplett auch ein. Ja, aber naja, das ist ja, ja, aber das ist doch auch Bewegung. Das ist doch genau das, was ich meine. Ob die Intensität jetzt eine geringe ist oder nicht, als beim Laufen, das weiß ich gar nicht mal, ja. Also ich würde das definitiv nicht unterschätzen. Also drei Stunden auf so einem SUP zu stehen, das ist Respekt, das ist nicht ohne. Und dann werden über die Dauer, wenn du, wenn du dranbleibst sozusagen, werden diese Pausen sukzessive ja auch kürzer, ja, denn die werden nicht kürzer, wenn du sagst, ich stelle mich in einem Jahr nochmal drauf oder ich stelle es mir jetzt in die, ne, wenn es jetzt neben einem Schreibtisch steht, das SUP, dann werden die Pausen bestimmt auch ab und zu mal anfassen. Genau, richtig, ja. Ja, das ist halt das Tun, das da drin sein und dann das, diese Freude daran, das einfach zu genießen. Genau. Das ist, ja, und dann kommst du in meinen Augen von dieser Disziplin und der Voraussetzung, dass ich jetzt mal negativ besetzt ist, zu dieser Freude, zu dieser Leidenschaft, zu diesem, ach, sensationell, das macht Spaß, das ist toll, das ist klasse und dann, ja, und dann kommt auch das eine, wenn ich dann merke, oh, jetzt zwickst du aber da gerade und dann, oh, dann setzt du mal wieder den Fuß ein bisschen, dann achtest du, da achte ich nur da drauf und dann glaube ich, okay, nee, setz mal so, setz mal so, mach so, mach und dann, ja, dann geht es auf einmal wieder weg und dann ist, ja, dann läufst du weiter und das ist, in diesem Prozess, in dem Lauf zu sein, das ist eben das, wenn du, wenn die Zeit quasi keine Rolle mehr spielt. Wenn ich jetzt deine Frau fragen würde, wenn ich die jetzt fragen würde, was sie glaubt, warum dieser Wert für dich so wichtig ist, was würde sie sagen? Ich denke, sie würde es auch schon aus dem Sport, den Sportbezug sehen, ganz klar, weil sie weiß, sie ist auch diejenige, die mich eher mal bremst und sagt, ne, lauf mal ein bisschen weniger, ist auch nicht schlecht, ne, die aber dann, da dran zu bleiben, ja, sie ist selber auch jemand, die auch gerade so bei den Themen Persönlichkeitsentwicklung und sowas selber sehr motiviert ist und sehr dran ist und da dran, also jetzt nicht nur das Laufen in der Ausdauer laufen, das ist so bei mir sehr, sehr tief drin und dann übertragen, aber auch motiviert durch meine Frau, also sie wird wahrscheinlich sagen, dass das Thema Ausdauer primär durch das, oder dass ich es gelernt und geschafft habe, Ausdauer durch den Sport zu lernen, für mich zu genießen sozusagen, also damit klar zu kommen, weil, ne, dieses Disziplin-Thema, dies, jenes durchhalten, das, jenes, das war schon immer schwierig für mich und durch diese, dadurch habe ich eben gelernt, einen Weg für mich zu finden, auch an anderen Dingen, die jetzt nicht unbedingt einem so leicht von der Hand gehen, sag ich mal, da dann auch trotzdem dran zu bleiben und das ist aber für mich da auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass sie auch da ist, dass ich, also, ich weiß nicht, schwierig für mich die Frage zu beantworten, ganz ehrlich. Weiß deine Frau überhaupt, dass Ausdauer für dich wichtig ist? Das weiß sie ja, aber sie sieht das, glaube ich, sehr stark im sportlichen Kontext und jetzt so in den letzten zwei Jahren, drei Jahren auch so dieser Rückblick, der in meiner Entwicklung seit dem Burnout, das ist ja auch, das ist meine lange Ausdauerphase, ne, und also da habe ich lange da dran geblieben und lange an vielen Dingen, vielen Themen, auf vielen Ebenen gearbeitet und wenn ich da zurückblicke, was wir dann auch zusammentun und da weiß sie auch schon, dass dieses da dran zu bleiben, da bin ich heute, da freue ich mich drüber, dass ich das geschafft habe, dass ich da dran bin, ne, und das ist auch so eine Form der Ausdauer, was sie auch sieht und sie aber auch ein wichtiger, wesentlicher Teil davon ist, was mir dabei ja auch natürlich sehr geholfen hat. Also es ist auch etwas, was euch verbindet? Durchaus, ja, das kann man durchaus sagen, denn das ist ja auch gemeinsam, ne, in der Beziehung als solches gibt es ja auch immer Rüren und Tiefen und da haben wir auch einige Tiefen sozusagen Täler durchwandert, sind aber trotzdem und trotzdem da gemeinsam dann durch, ne, das haben wir gemeinsam durchgekämpft in Anführungsstrichen und das, du hast schon recht, das ist auch etwas, was uns dann auch durchaus verbindet, wo wir auch heute sehr froh sind, so nach dem Motto, erinnerst du dich an das Tal und an das Tal, ja, und ja, dann sind wir heute dann auch froh, dass wir das doch gemeinsam dann auch durchgestanden haben und da sind, wo wir heute sind, ja. Nee, für mich klingt das jetzt auch so, dass wenn du jetzt zurückschaust und siehst, was Ausdauer dir gebracht hat und wohin sie dich gebracht hat, dass das sicherlich auch noch Motivation ist, weiter ausdauernd an allen möglichen Themen dran zu bleiben. Absolut. Also sich das bewusst zu machen, ne? Genau, genau. Und das ist jetzt heute hier, darum an dieser Stelle einfach mal ein dickes Dankeschön an dich, weil das ist tatsächlich, so reflektiert man ja auch viele Dinge, ne, und klar denkt man weiß, Ausdauer ist für mich ein wichtiges Thema, ein wichtiger Wert, aber dann so ausführlich das auch mal so im Gespräch zu reflektieren, ist ja nochmal was ganz anderes, ja, und da wird einem das nochmal ganz anders bewusst, was das auch so, ja, die letzten Jahre dann so mit einem gemacht hat und dann auch für andere Themen dann wiederum bedeutet. Auch, dass es sicherlich noch viele Themen gibt, wo ich mir für mich noch ein bisschen mehr Ausdauer sozusagen wünsche oder auch Ausdauer, ich meine, es ist ja vieles, was da reinspielt in Ausdauer, ne, ob jetzt die Ruhe ist für etwas, die Gelassenheit, Geduld, das spielt ja ein Stück weit alles damit rein. Und insofern, da ist sicherlich noch Luft nach oben, aber auf der anderen Seite ist es eben, ja, wenn ich zurückblicke, ja, natürlich ist der Sport, das Laufen da, das Treiben, beziehungsweise das, was mir auch sehr viel für mich gebracht hat, ne, dass das mir sehr viel Selbstbestätigung auch gegeben hat ein Stück weit dann, wo ich einfach wieder zu mir dann auch kam und dann auch natürlich ein Stück weit auch stolz auf das war, was ich dann mir durch das Training dann erarbeitet habe, ne. Und insofern, ja, ist das einfach ein deutliches Thema da zurückblickend in vielen, auf vielen, in vielen Bereichen, auf vielen Ebenen. Ja, ich habe auch gerade die Fantasie, dass ich glaube, eigentlich die meisten Menschen ausdauernd irgendeinen Bereich zeigen. Und dass es ihnen aber dann in dem Moment gar nicht bewusst ist, ja, weil entweder ist es sowieso diese unbewusste Ausdauer, die man dann vielleicht auch durchhalten nennt, weil sie halt irgendwie getrieben sind, nenne ich es jetzt mal, ja, durch, also vielleicht Ehrgeiz oder, ne, was auch alles an vielen negativ besetzten Begriffen so existiert, aber dass ich glaube, dass es auch gut ist, wenn ich mir mal wirklich klar mache, wo, in welchem Feld habe ich denn schon in meinem Leben Ausdauer bewiesen und das war mir vielleicht gar nicht bewusst, weil ich glaube, viele denken gerade, ja, wenn es gerade ums Laufen geht oder um andere Dinge, dann denken sie, oh nee, das würde ich nie schaffen. Wo man dann sagt, naja, guck doch mal, was du alles schon mit Ausdauer geschafft hast, ja, und du hast es vielleicht gar nicht gemerkt. Um dann eben vielleicht zur Motivation zu kommen, auch noch bewusst diese Fähigkeit, ich glaube, tatsächlich die meisten Menschen haben die in einem bestimmten Bereich, nur merken es vielleicht nicht oder sie nutzen es nicht zu ihrem Vorteil. Ich glaube, dass das auch, ne, gerade wenn du sagst, ich behaupte ja vorhin behauptet, du bist auch durch Ausdauer ins Burnout gekommen, aber hast es nicht, es war dir nicht bewusst, dass du da sehr ausdauernd an etwas gearbeitet hast, was vielleicht nicht gut für dich war und dass es darum geht, auch zu erkennen, was ist denn gut für mich, ja, was hilft mir denn, was bereitet mir denn Freude, wo, was hilft mir, die Ziele zu erreichen, die mir wirklich wichtig sind und dafür meine Ausdauer einzusetzen, anstatt sie dann eben in was einzusetzen, was mir auf Dauer vielleicht schadet. Absolut. Wenn ich dich jetzt frage, welche Farbe hat Ausdauer? Das ist für mich, am Ende ist da, ist es auch meine Lieblingsfarbe, aber das ist für mich grün. Grün, weil das Ausdauer passiert für mich in der Natur. Das ist was ganz Natürliches, das ist, ja, da sehe ich einen wirklich satten grünen Wald von mir und wunderbare Wege, Wiesen rechts und links und da durchzulaufen, das ist für mich ein wunderbares, schönes Gefühl sozusagen und das ist grün für mich, ganz klar. Ist das ein Wert, den du gerne an die nächste Generation weitergeben würdest? Unbedingt, denn, das sehe ich auch bei unserer Tochter, die muss ganz ehrlich sagen, sie ist ja Ausdauer und sie arbeitet hart in der Schule und ist da wirklich Ausdauer und auch wenn ihr das eine oder andere wirklich schwer fällt und gerade noch da greift sie ja noch an und da setzt sie sich hin und dann ist die so ausdauernd, dass sie teilweise ein bisschen die Nacht lernt und das ist dann schon kritisch, aber sie will das so, sie macht das so und das ist ihr Ding und dann macht sie das eben so. Da ist sie schon ausdauernd, aber da gibt es natürlich so andere Dinge, wo es dann einfach, ja gut, da dann eben nicht so. Und ist schon so etwas, wo ich sage, ja, dann hier und da vielleicht mal ausdauernd in der Form, dass, ja, das hier ist mein Ding, das mache ich so und da dann dranbleiben, das zu entwickeln, das zu finden überhaupt erst mal. Du sagst ja auch, für dich ist das so ein SAP, wo du gefunden hast, das macht mir Spaß, im Positiven kann ich es da schaffen oder habe ich die Motivation, mich da drauf zu stellen und damit machst du deine Bewegung, damit machst du deinen Sport und das ist unglaublich wichtig, Bewegung, da brauche ich meiner Tochter gar nicht mitkommen. Da sagt die, was stimmt nicht mit dir, ja? Insofern, da ist es sowieso, ich bewege doch den ganzen Tag meine Daumen, was willst du eigentlich, ne? Insofern, dabei ist sie grundsätzlich ein sportlicher Typ unbedingt, aber vielleicht kommt das irgendwann ja mal wieder. Aber das ist etwas, ich will gar nicht sagen, dass sie es nicht haben oder diese Generation, diese Ausdauer, so ich es nicht habe, ich will ja das gar nicht absprechen, aber dass du im Positiven mit dieser Motivation, sein Ding zu finden und dann auch dafür zu leben und durchzuziehen sozusagen. Ich glaube, da tun sich viele schwer und ich finde, das ist wichtig, dass du dein Ding sozusagen findest. Ich habe auch mal einen Ausdruck in den Trialong gemacht, das ist nie meins geworden, dass die Gesamtkombination, erstens sind die Trainingsumfange da wahnsinnig, witzig und beim Fahrradfahren schlafen mir regelmäßig die Füße und Hände ein und Schwimmen, ja, ich meine, Können ist eine Sache, aber das gut zu machen eine andere und insofern ist halt Laufen, ist halt Laufen, ist meins und da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, weil da ist einfach eine intrinsische Freude und Motivation da, die ich dann auch gar nicht mehr erklären kann, sondern die ist da und da brauche ich nicht drüber nachdenken, das mache ich. Und sowas zu finden, was dann die Ausdauer letzten Endes befeuert, das würde ich sicherlich der Generation wünschen. Naja, und die Frage ist ja, ob du es weitergeben möchtest, das hieße ja sogar, dass du aktiv daran beteiligt wirst. Ja, das wäre natürlich was ganz Großartiges, also wenn jetzt, klar, ob das jetzt das Laufen oder was auch immer ist, aber da aktiv das zu fördern, das zu unterstützen, auf jeden Fall, also das wäre natürlich noch toller, das dann auch zu tauschen und dann, das ist ja so ein Befruchten, gemeinsames Befruchten, du kannst ja auch, es ist ja nicht nur, dass du was weitergibst, sondern du nimmst ja auch was mit und das, was du dann mitnimmst, da entwickeln sich ja auch weitere Dinge draus und das fände ich auf jeden Fall sehr spannende Sache, ja. Bevor wir jetzt zur Abschlussfrage kommen, würde ich gerne mit dir noch eine kurze Fragerunde machen, also wo ich immer eine kurze Frage habe und du mit einem kurzen Wort oder Satz antwortest, ohne viel nachzudenken vielleicht. Okay, ich versuche es. Das Gegenteil von Ausdauer ist? Kurzatmig. Das letzte Mal, als ich Ausdauer gezeigt habe, war? In meinem Job. In meinem Job, der doch am Anfang zäh war. Ich bin jetzt bei drei Jahren in diesem Unternehmen und es war schwierig am Anfang, aber mittlerweile hat es sich gelohnt, da zu sein, dabei zu bleiben und mit an Bord zu sein, ja. Ohne Ausdauer ist das Leben? Ziemlich kurz. Bevor ich Ausdauer zeige, muss? Mit müssen tue ich mich schwer, aber bevor ich Ausdauer zeige, muss ich die Freude daran finden, muss ich eine Grundlage schaffen sozusagen. Menschen, die Ausdauer haben, sind? Menschen, die Ausdauer haben, sind entspannt, oftmals recht bei sich und gelassen. Vielen Dank. Sehr gerne. Und dann kommen wir jetzt zur Abschlussfrage. Und zwar, du hast ja heute Ausdauer mitgebracht. Mhm. Und ich würde jetzt gern von dir wissen, gibt es einen Wert, den ich dir anbieten könnte, dass du die Ausdauer dagegen eintauschst? Und wenn ja, welcher Wert wäre das? Also, um ganz ehrlich zu sein, ist Ausdauer. Und mir ist auch tatsächlich erst, wir haben ja im Vorfeld auch so ausgetauscht und da ist das für mich auch erst die, mir klar geworden und mir, wie wichtig Ausdauer tatsächlich nicht nur beim Laufen als solches ist, sondern was das auch drumherum bedeutet, da ist das schon, also das fand ich insofern, auch da bin ich dir dankbar, dass ich da eigentlich erst mal so drauf gekommen bin und mir klar wurde, wie wichtig das tatsächlich ist und wie gesagt, im Gesamtzusammenhang mit vielen anderen Themen. Wenn es was gäbe, dann wäre es vielleicht noch das Thema Authentizität, was für mich auch ein ganz wichtiges Thema ist, weil ich selber viele Jahre eine Maske getragen habe sozusagen und sehr viel ganz anders war, woanders mitgespielt habe, wo ich eigentlich gar nicht wirklich jetzt so dabei bin und das Authentische bei mir zu sein, auch mit dem Thema Burnout anders und offen umzugehen, all das war ein Prozess, ein Lernprozess und hat mich sehr zu mir selber geführt und darum ist, authentisch zu sein, heute ein ganz, ganz wesentlicher wichtiger Aspekt für mich. Das wäre höchstens noch, wo ich sage, okay, das ist auch noch, kommt damit, kommt dagegen an vielleicht. Okay, ja du, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir für dieses in meinen Augen sehr offene und authentische Gespräch und freue mich, dass du dabei warst. Vielen Dank. Ich danke dir ganz herzlich, Anast. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.